Schön verkleiden kann man das ja nachher immer noch. Wo ist die Treppe? Da! So, sag mal hier ist ein Eingang. Und irgendwo hier. Genau hier. So und jetzt brauche ich, ich habe die 240 Schrauben. Ich habe die 120 Eisenplatten auf vier Dinger. Produktion, Assembler. Eins. Ne, so geht das nicht. Normal. So, da sind Assembler. Muss ich auf der anderen Seite genauso bauen, damit das symmetrisch aussieht. Was ich nicht kann. Weil ich gerade voll auf dem Schlauch stehe. An der Linie. So und so. Und dann seid ihr. Genau. Und die Schrauben. Perfekt. Das heißt, so Logistik. So. Theoretisch kann ich hier in Splitter hinsetzen. Ja gut. So. Dann mach das einmal hier hin. Und dahin. Dann führ das hier rein. Von hier unten. Dasselbe kann ich auf der Seite auch noch machen. so. Dann führ das da und da rein. Dann führ das auch da rein. Dann mach doch das von hier. so das sind die schrauben jeweils 120 stück passt und jetzt noch die eisenplatten das ist natürlich ein bisschen problematischer macht werden hier aufgeteilt einmal hier in den 6 machen wir hier auch noch ein 60 da 60 da 30 nach hier und hier das hat jetzt tatsächlich läuft funktioniert klappt das was ich hier baue funktioniert auch wenn ich von euch überhaupt nichts mehr höre beschäftigen ja dieses große schweigen ist ja alles gut ich ich der strom läuft noch ich hoffe läuft auch noch ein bisschen länger sollte ich aus dem eisen doch stahl machen ja kannst du machen jetzt habe ich mich eingebaut petrich hat strom das ist Oh, oh. Das da rein, das da rein, das da rein, nicht das, da. Organisation, Container, so. Das ist doch nicht ein Eis. Was machst du denn jetzt da? Alles, wenn ich hier runterspringe, sterbe ich immer noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Also ich habe das erste Drittel meiner Produktion fertig. Ich werde jetzt zumindest einen Teil davon, glaube ich, gleich mal an Strom bringen. Haben wir schon MK2 in meiner... Nein, ich wollte jetzt erst mal gucken. Wir haben ja den Tierstufen jetzt auch gar nichts Neues mehr gemacht, ne? Oh nein. Oh nein. Mirko liebst du noch? Mirko, alles gut? Alles okay. Wer war von Mirko? Oh nein, oh nein, oh nein. Was macht denn unsere Stahlproduktion? Macht ihr da schon was? Nee. 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 Also ich bin immer noch beim Strom. Ich produziere jetzt die nächsten Strang mit drei neuen Generatoren. Okay. Geht halt nicht alles so schnell, ne? Wir brauchen nur noch die Stahlröhre und dann haben wir unser MK2-Miner. Ich bin für irgendwas hier runtergelaufen und hab vergessen was. Genau, für Draht. Na, hab ich mir den Draht geholt und hab ihn direkt da in die Produktion gezimmert. Das hat's voll gebracht. Äh. Hilfe. So, was sagt denn unser Strom hier? Ah, wir verbrauchen gerade nur die Hälfte von unserem Strom. Auf jeden Fall, du überfährst mich. Hilfe. Bist du da gerade durchgefahren? Das geht doch gar nicht. Das sollte doch nicht gehen. Na, was kommen wir denn jetzt hier? Ein bisschen gegen die Natur kämpfen. Wenn wir diese Bäume mal weg sind. Welcher Baum war in dieser Nervige? Das war ja einer von denen, ne? Okay. Ist der nervige Baum schon mal weg? Äh. Und die kommt von hier unten die wieder hoch? Doch, da lang. Ach, hast du extra für Mirko die Straße breiter gebaut? Ja, damit... Nein. Würde ich nicht. Boah, ich kann das eigentlich so nicht stehen lassen. Ich krieg ja voll die Krise, wenn ich das sehe, ne? Das kannst du so nicht stehen lassen. Ach, hier, dass dieses ganze Gebilde hier einfach so in der Luft schwebt. Welches Gebilde? Was ich hier gebaut habe. Achso. Ja, ich muss auch nach Wende rumzimmern. Haben wir nicht wenigstens auch mal eine Tür gehabt? Wir haben sogar eine Tür. Okay. Okay. Also, wenn ich schon mal anfangen, das hier zu verkleiden. So, man sieht das nicht mehr ganz so. Jetzt haben wir noch... Es ist zwar ein hässlicher Block. Aber besser als vorher. Ja. Brauchten wir denn schon immer Eisenplatten? Oh, nein. Das korrigiere ich jetzt nicht. Da drehe ich ja durch. Da ist noch eine... Was? So, genau. Was wollte ich jetzt machen? Markus ärgern. Wieso? Indem ich jetzt alles an Strom bringe. Keine Sorge, wird eh nicht bei allem klappen. Weil dafür... Hab ich eh zu wenig... Äh... Eisen. Solange wir die MK2-Miner nicht haben... Kann ich leider nicht alles an Strom bringen. Das ist gut. Dann kann ich ja noch ein bisschen was bauen, ne? Okay, ihr habt jetzt Eisen gefunden. Oha. Wie bringe ich das zu Eisen? Was? Mirko ist wie... Mirko, wir für Stunden müssen jetzt unterwegs gewesen zu Eisen. Das ganze Spiel, oder? Ja, der hat ja auch zwischendurch mal was gebaut. Naja, Kohle wurd's mir zu scheiße. Wann hab ich denn da für Müll gebaut? Äh, was ist denn das? Wenn ich das jetzt einfach da vorne anschließe... Tack! Da pass ich nicht mehr durch. Oh cool, das funktioniert. Das ergibt keinen Sinn, aber es funktioniert. So... Hier bei den... Hier bei den... Hier bei den... Nein! Ah... Krieg ich das noch abgerissen? Ja. Ich erwisch gerade meine Stromleitung nicht. So, nochmal. Und darüber. Darin. 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 Da ist auch Platz, ne? Ja, da ist noch einer frei. 2. 2. 2. 2. 2. 2. und also wenn wir irgendwann das eisen haben dafür braucht ja gut bleibt das problem wir brauchen dafür erst noch die mk2 meiner ich finde es gut dass die stromkabel keine kollisions abfrage haben die kannst du einfach durch wände und decken durchziehen ja das möchte ich aber auch nicht aktuell mache ich das weil anders weiß ich nicht wie ich das hier hinkriegen soll hat nicht schön aus theoretisch schießt bei der fabrik nachher nicht was da drin passiert weil das alles sowieso nur es könnte etwas rein und es kommt was raus meine fabrik ist nach einem black box zumindest in der theorie das muss ich euch hier noch alle anschmeißen ihr beide ja 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 da hätten sie ja noch zwei und ja so Huch, kann es nicht da runterfallen? Okay, das eine Eisen wird schon mal, jetzt muss ich hier oben noch Eisen hinkriegen. Wie mache ich das denn jetzt? Oh, ich habe eine Idee, das wird bestimmt total cool. Haben wir Coupons über? Die Coupons werden auch nicht gesammelt gelagert, das ist ja wieder das nächste Problem. Also ich schmeiß die, die ich dann habe, einfach auch in die Hub-Kiste rein. Wenn jemand anderes was braucht, ne? Richtig. Ich wollte dich an die noch haben und ich wollte dich noch haben. Die beiden brauche ich, sonst wird das nix. So, und ich packe meine Coupons, die ich habe, in die Hub-Kiste, falls ihr was anderes cooles braucht. Haben wir noch irgendwo Eisenplatten? Bestimmt, ne? Jo. Und jetzt? Brauche ich, wo ist es? Da. Hihihi. Ich hoffe, es funktioniert. Ich glaube, ich werde gleich mal eine Rotorenproduktion einstellen. Ja. Es muss der anderen Produktion weichen, die zwar noch nicht fertig ist, die ich aber jetzt trotzdem mal mehr oder weniger anschließen werde. Boa. 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 Boa Значит. zu long was heißt denn steep steil ja